Xcentral Freunde, ich freue mich riesig, euch einen weiteren wichtigen Meilenstein unserer Xcentral Software verkünden zu dürfen. Wir starten bei Xcentral ein neues Kapitel. Nach knapp zwei Jahren Vorbereitung und kontinuierlicher Arbeit zusammen mit Kunden und Partnern migrieren wir per Ende Q3 unsere letzten Kunden endlich von On-Premise auf die Cloud. Damit ist Xcentral das erste vollumfängliche Warenwirtschaftssystem für den Mittelstand, das komplett in der Cloud ist. Die Zukunft beginnt jetzt. In der Weiterentwicklung der Software bedeutet das für euch, dass wir uns von nun an voll auf die Entwicklung der Cloud-Version konzentrieren können. Mit all den Vorteilen, die das mit sich bringt. Doch damit nicht genug. Wir stehen vor weiteren wichtigen Meilensteilen, da wir parallel daran arbeiten, alle unsere Kunden auf die letzte und neueste Xcentral-Version zu bringen und damit Komplexität und Fehleranfälligkeit massiv zu reduzieren. Viele der Bauchschmerzen, die wir in der Vergangenheit hatten, hingen unter anderem damit zusammen, dass wir parallel dutzende Versionen und Software-Variationen warten und weiterentwickeln mussten. Diese Komplexität hat uns im Entwicklungsprozess, aber auch im Testing immer wieder gebremst und uns und euch manchmal das Leben schwer gemacht. Auch wenn der Weg zum Ende von On-Premise schmerzhaft war, haben wir es jetzt geschafft und werden künftig ein Vielfaches an Kapazität und Talent zur Verfügung haben, um unsere Cloud-Version noch besser, umfänglicher und zuverlässiger zu machen. Und das sind nur zwei von vielen Updates, die wir im Hintergrund in den letzten Monaten durchgeführt haben. Manche sichtbar, wie der Launch unseres neuen Berichtwesen-Add-ons oder neue Integrationen, viele andere jedoch auf den ersten Blick unsichtbar, wie zum Beispiel Updates von Software-Frameworks wie Laravel, PHP, MySQL und die Docker-Migration. Am Ende zielen alle darauf ab, Xcentral für euch stabiler, schneller und sicherer zu machen. In diesem Sinne möchte ich mich bei meinen Teams, bei unseren Partnern und nicht zuletzt auch bei euch, unseren Kunden bedanken, dass ihr diesen Weg mit uns geht. Verlasst euch drauf. Wir arbeiten jeden Tag daran, euer Geschäft für euch zu vereinfachen. Durch smarte Automatisierung, wegweisende Daten und Analysen und einer modernen, sicheren und stabilen Bahnwirtschaft. Ich freue mich, zusammen mit euch das nächste Kapitel angehen zu können und auf die vielen neuen Weiterentwicklungen, die bei Xcentral demnächst anstehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.